hallo meine freunde und willkommen zu einem neuen video von mir auf meinem kanal ja wie ihr seht bin ich wieder in diesem tycoon den ich und es gab auch ein update mit den tieren ich kann die hat schon so viel ich hatte ja die eigene insel ne erik ja ich habe erik dabei also ich keine eigene gekauft spielzeug schaufel wow wie komisch bauen die den ab das ist tiefste bis jetzt ich hab deswegen jetzt durchgehend den ohr rum ne weil du durchbibeln musst du gehen ja goza bam hmm wie sieht meine coins ich habe keine Ahnung mehr wo mein Geld ist also ich dachte da ah das ist klein oh oh ins falsche loch gesprungen nicht wahr ne ich nimm den chat an aber dann hab ich da jetzt viel zu viele nachrichten ja ich hab keinen buch auf nachrichten wieder hm 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 nie ne 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 das ist ganz schön langweilig morgen kommt ein granatenwerfer battle also b1 eric möchtest du denn morgen kommen ja ja ich glaube schon also ich hoffe du kommst ich glaube dann hier ja das drehen 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 es ist eingestürzt oh mein gott nein hat er sich das gut oh ich hatte schon wegen einem laptop hier nein dnt ist das blödeste was man sich holen kann sonntag kommt wahrscheinlich noch mal minecraft das hat auch mal was eric eric ist überfordert was kostet eigentlich dieses äh es ist heute schon sehr viel passiert bei mir 600 600 600 nur wo ist wo ist denn das sind 500.000 das sind 500.000 halt mal bei 1.000 wenn es 8.000 oder 8.000 noch was das ist egal hollig equipped bag small blb 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 ich geh mein loch blb blb nicht in den videos eric ja das geht schon böse blb blb okay ich bin einfach kein suchter von dem 19 blb 20 blb 21 blb markiste wow mhm war ja voll viel wow 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 w oder am sonntag kommen vielleicht aber wirklich nur vielleicht bo2 oder bo3 was rum ist denn immer so schnell voll warte ich guck mal wie viel so ein nächster rucksack kostet 900 hole ich mir dann mal tja so das kann ich auch mehr tragen 240 ich meine das ist so für die pläne also ich denke es wird jetzt immer dreimal pro woche minecraft kommen ja manchmal mit eric manchmal vielleicht sogar mit mark so trotzdem lange ich habe nichts gesehen Du meinst drei Kisten? Ja. Ich meine drei Kisten. Vier. Das ist der langweiligste Teckung, glaube ich. Du musst einfach anschieben. Einfach so ein Tauschen blablabla. Habe ich mir nicht eigentlich eine eigene Insel geholt? Ich habe doch mehr Robux geholt und damit was gekauft. Eigentlich hier schon, ne? Ja, ich weiß aber nicht. Ich war nicht dabei. Ich meine, das müsste man sogar im Video gesehen haben. Oh mein Gott ey, 140 dauert echt lang. Loll. 700. Ich muss in meinen rein, der ist ganz schön tief. Welche bin ich da? Oh mein Gott, ich bin schon ganz schön tief. Wo sieht man das? Da. Wo? Ach da. Ich bin 60 Blöcke tief. Jetzt. Kann ich bitte dahin, wo man eine Million bekommt vielleicht? Achja. Ähm. Soll ich dir was sagen? Ich habe ja gestern Minecraft hochgelandet. Ja. Ja. Und? Ich habe dann also gefragt, äh, er hat gesagt gesagt, wenn ihr Jannis Haus gut findet, schreibt hat er. Hashtag gut. Hat er. Also Marco hat. Er kann echt gut bauen. Am liebsten wäre ich auch so bekannt. Mit bauen. Das geht mehr so, wenn ich Blöcke vorgeschrieben habe. Oder wenn ich ein Krea bin, dann kann ich eine geile Villa bauen. Aus Quarz. Eine Villa ist ja meistens weiß, ne? In Minecraft. Ja. So. Ja. Wow. Jetzt kommen die in mein Loch. Ey, der nimmt mir meinen Sand weg. Die nimmt mir meinen Sand weg. Die nimmt mir meinen Sand weg. Hallo. 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 Ich mache nichts mehr. Halt. Habe ich die gekriegt? Nein, habe ich nicht. Und da oben ist sie. Mann. Ich kann jetzt nicht mehr Sand kriegen. Oh, ich kriege Sand. Macht ernsthaft. Oh mein Gott, macht er viel weg. Alter. Mann, er nervt. Er nimmt einfach meinen Loch, ey. Was ist dein Ernst? Ich kann nur noch einmal Sand kriegen. Pro Block. Es gibt schon Menschen. Oder da halt. Lego Figuren. Glaub ich schon das genau. Nö. Keine Ahnung. Egal. Ich glaube mehr ja alles. Packet ist voll. Oh. 7 Monate. Müsste ich mir jetzt nicht eigentlich was kaufen können? Ist nur ne Schaufel. Danke. Medium Schaufel. Alter. Ist nur medium. Ist mein Loch. Oh. 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 Ist weg. Ähm. Muss ich den Gartenzaun ganz kurz machen? so ne? So ne? Wie viel mache ich jetzt gerade eigentlich weg? Fünf. Wieso springt der eigentlich? Jetzt kommt der wieder. Aber du sammelst Blöcke ein. Ja. In langsamen Schritten. Ich habe genau 999. Das ist leichter, wenn ihr es auch komisch findet. Weil ich komm... Hat der einen Hund? Ne, wie heißt das Ding? Äh... Kiko? Nein. Äh... Die heißen auch bei Minecraft irgendwie. Äh... Hä? Ich krieg keine Ahnung. Mal. Also ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da, falls ich es noch nicht getan habe. Und... Ciao! 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 Ciao!